Miau! Und willkommen zurück zu Let's Play 999. Look, Jinpei, the rust on here looks like Elvis' face. Was? Yeah. How exciting. Finde ich nicht. Ich habe so jetzt wieder komplett neue Theorien. Also entweder Santa ist Zero, wie ich es gesagt habe. Oder June ist Zero, weil scheinbar ist ja Arkane damals gestorben. Oder Santa und June sind Zero und arbeiten zusammen. Kann ja auch sein. Ich glaube nämlich nicht, dass Santa seine eigene Schwester nicht erkannt hätte. Ja genau, Snake hatte ja gesagt mit den Zahlen, dass die vertauscht wären. Das würde aber auch genauso gut gehen, wenn nicht Santa Zero wäre, sondern June. Weil wenn Santa nicht 3, sondern Zero wäre und June nicht 6, sondern 9, ist es doch das gleiche, als wenn June Zero wäre. Im Prinzip und Santa wäre anders, weil die gehen ja sowieso immer in genau die gleichen Räume rein. Und im Prinzip ändert das ja überhaupt nichts, wer von beiden welche von den beiden Nummern hat. Also könnte es auch gut sein, dass einfach June diejenige ist, die Zero ist. Was haben wir denn hier? Landkarten, je. Hey, June pay, isn't this an article table? Yeah, I feel like I've seen this before. Ja, irgendwann mal in einem anderen Zeitstrahl. Nee, das ist sogar der richtige Zeitstrahl, wo ich das gesehen habe, glaube ich. Mit der Captain-Kajüte. Was ist denn hier? There are piles of crap everywhere. Man, this place is a mess. It's so messy, I don't know where to start. Somehow this crap looks familiar. I think a lot of these are parts of the puzzles we've solved in the other rooms. Aha, okay. If that's true, then... This room could be Zero's laboratory. Perhaps Zero would shut himself in this room to devise the machines and puzzles he'd need to see his plan to come to fruition. Hm. Also könnte es tatsächlich sein, dass hier Zero experimentiert hat, wie die ganzen Rätsel ablaufen könnten. I think these fans are for ventilation. They're probably there to circulate air. Ja, ich glaube, die sind für nichts anderes da. Gosh, this desk is really big and it feels really sturdy. Ich meine, wofür sollen solche Ventilatoren sonst sein? Ja, it does seem pretty heavy duty. I suppose it belongs to whoever uses these rooms, wouldn't you say? Äh, nein, das gehört irgendjemandem, der noch nie in diesem Raum war. Manchmal verstehe ich nicht, was die von mir wollen mit ihren Aussagen. Kann man da nicht hintergucken? A pipe. Great. Okay, was haben wir denn hier noch? Irgendein Knopptisch da. There's a control panel in front of the big screen. Ja, für Control Panel, das Fachwort ist Knopp-dings. Knopp-knopp-brett. Wonder if any one of those buttons do anything. Oh ja, tatsächlich. There's some, ähm... There's something on the screen now. What's this? There are 15 cells here, with numbers and letters in them. Wahrscheinlich wieder hexadezimal, ne? Bzw. nein, hier haben wir 11. Let me see that. Ah, I see. So, wherever you touch a cell, the ones next to it turn... ...turn on or off. You just gotta use that to make the all cells... Ah, on the right and the bottom green. Um... Hey Junpei, I found this piece of paper under that thing. You wanna take a look at it? Do you think this might have something to do with the puzzle? Nein, bestimmt nicht. There are a bunch of numbers and letters connected by equal signs on it. So wie hier. Just like she said, this is probably related to the puzzle on the screen somehow. Oh, thanks Clover. This really helps. Heh 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 heh. All right, let's go back and try again. Anyway, it looks like I just need to make all of these cells all green. Okay. Wait, uh... Ich hab aus Versehen auf die Rechts-Taste gedrückt. Well, according to the chart, you just need to plug in a number for each letter. Yeah. Before I try this again, I really should look over the instructions. I touch any one of the... Any of the nine cells that aren't the all cells. When I touch a cell, the cell touch... Yeah. Okay. Wenn ich jetzt hier hin drücke, gehen die alle aus. Beziehungsweise die beiden, wenn ich hier wieder drauf drücke. So, so geht das. Gut. Hint. Null ist gleich Null. Wow. Null ist Null. Sechs gleich sechs. C ist zwölf. Wir haben es hier mit dem System zu tun. Okay. D plus sechs. Wir müssen das so rauskriegen, dass hier die Summe am Ende stimmt. So stimmt schon mal das A. Guck mal. Ähm. Das noch. Mann! Hier, da muss zehn rauskommen, weil A. L ist, äh... Ich weiß, da muss das rauskommen dann am Ende, aber... Ansonsten einfach nur durchprobieren, ne? So, probieren wir es hier doch mal. So passt das schon mal. D ist da oben falsch. Das darf da gar nicht hin. What the fuck? Ich hab's einfach grad resettet. Das noch mal gemacht. Und ich musste nur drei Sachen antippen. Das war alles. You did it, Junpei. You're so smart. Ja, ich hab einfach rumprobiert. You seem to have done an excellent job to solve the puzzle. Just what I would have expected of you, Junpei. Danke, aber du erwartest zu viel von mir. Hey, come on. You're embarrassing me. Woah, woah. Don't get cocky, kid. We don't got time for that. Look at this. Check out the right edge of the control panel. The slit open... The slit slit open and something came out. Hier? Also da, da, das da, irgendwo. Was ist das? Ein Cross Emblem. Okay. Wofür könnten wir das gebrauchen? Search. A metal blade shaped like a shield. There's a cross engraved on it. Gibt's hier sonst? Ich glaube, sonst haben wir hier nichts mehr, oder? Doch, hier, warte mal. Da müssen wir wahrscheinlich eins reinsetzen. All right, I've put the emblems into the four indications on the desk, but da fehlen noch drei, huh? Nothing's happening. Wait, what's Snake doing? I feel symbols engraved just above each indication. Ah, okay, die müssen auch noch in richtiger Reihenfolge reingebracht werden. Okay. Three mysterious circles and four waffle patterns. Perhaps we need to insert the emblems in this order. That order, huh? Dann brauchen wir wirklich erst noch die anderen. Die bestimmt... Hier ist noch so ein Control Panel. Wahrscheinlich müssen wir nochmal das gleiche machen, ne? Let's see what happens when I... War! Well, now we've got something on the screen at least. Huh? What's this? Oh, wait a minute. I saw something like this when I figured out that Morse code puzzle back in the communications office. Echt? Morse code? Yes. Yeah, the dots on here look like dits for Morse code. There's two dots on the first line, four on the second, one on the last. I'm afraid I don't understand. Well, perhaps you should give it a shot anyway. All right, I'll try. Before I do that, though. Maybe I ought to run through the instructions. If I just tap the button, it will enter a dit. If I hold the button down, it will enter a da. Ich weiß, das haben wir schon mal gemacht. Once we enter our answer, it will automatically determine if it was correct or not. All right, let's do this. Warte mal, was? Hä? Was? Ähm. All right, let's give it another shot. Before I do that, though. Nein, ich weiß, wie das funktioniert mit dit und da. Ich weiß nur nicht, was ich da eingeben soll. Hallo? Ähm. Was ist das hier? Das ist noch was anderes, ne? There's some monitors hanging from down the ceiling here. The monitor is part of this machine. It's really dim, though. It's got a map of the world, but on it, but I can barely see it. Ähm. Okay, es sieht aus, als ob es hier losging. Nach unten, dann nach da, dann so, 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 so und einmal um die Welt. Gut. Müssen wir es hier jetzt eintragen? There's a dim I can compare on the nautical table I just found with this. I see, interesting. I think I just need to turn this device according to the instructions on the nautical table. Ja, okay, hallo. Muss ich das dafür benutzen? Junpei, it looks like there's a compass on there. Ah, now I get it. What do you mean? I guess you weren't there, Clover, but I solved a puzzle like this one in the wheelhouse. I think I just need to do the same thing here. The same thing? The important part is this nautical table we just found. I just have to match up the directions on the compass with the lines on the nautical table. I used the steering wheel in the wheelhouse, but this time I think I'm gonna use the wheel attached to the side here. Okay, then show me now. Of course. Mhm. Yeah, I think, if that's the same Rätsel again is, is it actually. So. Äh, I think, that's the best I'm going to write down somewhere. Okay, so we're going to start with... Süden. Danach fahren wir weiter nach... Westen. Dann geht's weiter nach... Südosten. Danach geht's weiter nach Osten. Nach Osten kommt... Äh... Ne, ich hab's schon verkackt. Wir fangen an mit Süden. Dann Westen. Dann kommt Südosten. Südosten. Und dann kommt Nordosten. Danach kommt Osten. Danach kommt Norden. Und danach kommt wieder Osten. Guck mal. Hat doch geklappt. Yay, you did it, Junpei. Good boy. Who's a good boy? Ich bin kein Hund. Ah, knock it off. Hey, we don't have time for screwing around right now. Check out the right side of the monitor. It just kind of slid open and something came out. Oh, yeah. I heard a noise, too. You know, that big box in the hall by the exit? I think it made a noise. Like something unlocking, you know? A noise, huh? In der Nähe vom Exit. In der Nähe vom Exit, also. What's this dusting here? The metal shutter looks pretty sturdy. It's framed with black and yellow warning stripes. Alright, let's open it. All eyes? Oh, holy shit. That is pretty damn creepy. There's a coffin in there. A coffin? A coffin? Oh man, does Seven think? Yeah. Yeah, he's all pale. He's thinking the same thing I am. No way. Could this be? Steht sogar drauf, all eyes. I'm sorry, but what's going on? It's a coffin. I wonder if there's a vampire in it. Nein, I'm a mumia. Right, I guess Clove and Snake don't know the story. Man, I can bring myself to tell them. Well, at any rate, let's have a look around. There's a metal plug on the coffin. Snake is touching it. All eyes. Ah, the two machines. Was? Holy shit. Man, this is serious. Ah, well, let's open it, shall we? Clover, if you could give me a hand. Okay, I got it. Ready? Three, two, one. Ha! Hmm. No luck, it doesn't seem to be ready to open. Das heißt, wir müssen erst noch was machen, um das zu öffnen. Oder wir wollen das gar nicht erst öffnen. Auf jeden Fall ist da all eyes drin. Yeah, but it's not like it's screwed shut or something. Yes, I believe it's locked in some other way. Mit den Schilden vielleicht. Hey, Seven. You think you could open it with your superhuman strength? No, I... What's wrong? I think I'll just pass on this one, okay? What the heck? Very well. We'll just have to give up on the coffin for now. Let's look around the room a little more, shall we? Alice sleeps in a small chamber. Yeah. Past the forest of knowledge beneath the navel of the gigantic. Genau das hier. Is that actually true? Das heißt, die wäre dann da drin. Hm. Das Rätsel habe ich nicht verstanden, was ich da machen soll. Wenn ich ganz ehrlich bin. Warum wäre da noch ein Hinweis für? Ventilation fan. There are metal bars over the openings, though. You can't go through them. Was ist denn hier noch? Achso, das ist das wieder. Was ist hier drin? Ah. There's something written on these pieces of paper. Looks like we've got three sheets of stuff. Okay. Nothing left in the cabinet. Menu. File. Morse code. Ah, okay. The morse code chart. It was found on the steel shelf in a small, cluttered room. It is a morse code key for the letters A to I. The short mark is called DIT. Okay. Okay. J bis R. S bis Z. Okay. Gut. Jetzt, wo wir die haben, macht das andere Rätsel vielleicht wieder mehr Sinn. Was ist denn hier noch in dem ganzen Junk? There are piles of crap everywhere. This is a pretty impressive mess. If we try and search every one of these, we're gonna be at at it till, you know, till the cows come home. Well, that doesn't seem to be too bad. We won't have to go bring them in ourselves then. Don't you get smart with me, kid? Uh, how about we deal with this area later, okay, guys? Maybe we should try something more promising. Das sind irgendwelche Monitore. Was zeigen die denn an? Each screen shows a room on the ship. Von hier aus hat, äh, hätte, äh, Zero Goot alles beobachten können. Ist da all ice drin? Ja. Okay. Und hat sich das auch wieder erledigt? Das ist Exit. Okay. Hier waren die Schilde, brauchen wir dafür. So, nochmal. Have you figured out what you're supposed to enter, Junpei? Hmm. Looks like the word that's supposed to go here has three letters. It's got three lines and I think each line is one letter. I see. Well, if that's the case, then perhaps the letters you need are made up of two symbols, four symbols and one symbol respectively. After all, isn't that what you just said? One line has two spaces. The next four and the last one only a single space. Okay. Zwei, vier und eins. Let's see. So, in other words, gotta enter either the dots or the dashes. A set of two, then a set of four and then just one. Yes. Well, so it would seem. Maybe I ought to run through the instruction. Ja, bla, bla. Here. Let's do this. Ah, da haben wir ja den, da haben wir jetzt unsere Morse-Code-Dinger. Okay, vier könnte V sein, könnte X sein, könnte Y sein oder Z. Was macht denn da meistens Sinn? Das erste sind zwei, das könnte A sein. A, I, M oder N ist schon mal der erste Buchstabe. in die zweite Reihe kommen, wie war das? Vier Buchstaben, ne? Das heißt, der zweite Buchstabe kann einfach alles sein. Der dritte ist nur ein einziger Buchstabe. Das heißt, es ist entweder E, nachher ist das sowieso der einzige, der nur einen Buchstaben hat. Ja. oder T. So, jetzt muss ich gucken, ob irgendeins dieser Worte, die man daraus zusammensetzen kann, irgendeinen Sinn ergibt. Eis? Ist es Eis? Warte mal, ist es vielleicht Eis? Eis, die war auch hier. Okay, es ist Eis. Hab gerade nur so an All Eis gedacht. Vielleicht kann man da ja was draus machen und Eis passt einfach. I see. It seems you've solved the puzzle, John P. Excellent work. The answer was Eis. How did you know? All I had to do was listen to the sounds the machine made. After that, it was a trivial matter to decode them. Ah, yes. I believe I heard a noise from somewhere on the right of the device after you solved the puzzle. It sounded rather like something sliding open. Do you see anything that could have made that noise? Yeah, it's true. Ah, yes. One more thing. I heard a sound from behind the shutter. Perhaps the coffin is unlocked now. What? What? Ich glaube es nämlich auch, weil Eis ist all Eis, ne? Und? Können wir den jetzt öffnen? Alright. Fine. I'll open it. Okay, John P. You can do this. It's just a box. It's just a box. Oh, holy shit. This is a coffin. There is going to be something horrible in there. I just know it. Okay, okay. Deep breaths. Here we go. Oh, man. There's nobody in there. Heißt das vielleicht, dass Alice hier irgendwo rumläuft? Shit. Can't believe I was scared of something like that. What do you mean nobody? Were you expecting someone to be in there? Oh, it's a long story. Ask Junpei about it sometime. Well, just like Seven said, there's nobody in there. There is something in there, though. Well, two somethings, actually. What's that? Einmal noch ein Schild. Das Waffelschild und ein Schlüssel. Looks like we've got a plate with an emblemat on it. And the Neptune Key. Yes, we finally found it. Now we can get through the hallway. That's correct, Clover. But we need, but do we need to get out of this room I don't have any objections to that. Objection! Good. As far as this other thing goes. Coffin Emblem. Na dann. Wo ist das komische Mega-Geräte-Ding da, wo wir die Dinger für brauchen? Wo war das Ding? War das das hier? Ja, war's. Okay. Als erstes das Steering-Wheel, glaube ich, ne? Let's just drop the Emblem- Steering-Wheel in here. Woah. Well, now we got something on the monitors at least. What's that? Looks like some kind of puzzle. I wonder if these are the rules. Here, I'll read them to you. When you touch a numbered area, that area will be selected and it will turn blue to indicate this. Touching a numbered ball after selecting an area will cause that ball to be moved to that area. Okay. However, you cannot move the red balls. You can only move three to five balls in a single area. Please press the check button once you have moved all of the balls except for the red ones which you cannot move. The digital root of the balls in an area must match the number for that area. That's it. Oh, I still don't really- Doch, wirklich schon. Whatever, like they said, practice makes prefects. Let's give it a shot. Don't you mean practice makes perfect? Hey, let's see you solve the next one. Then you can make fun of me. Ja, okay. Das war aber auch nicht wirklich lustig, ne? Da muss sechs rauskommen. Nein. Nein, es ist nicht harder, als ich expect. Ich will einfach nur wieder zurück, wollte ich gerade. Ja, mach, mach, mach. Alter, die Klappe. Ich bin aus Versehen auf die rechte Maus. Screenshot mit der Baupuzzle. Ja, hallo? Ja, kann ich jetzt bitte auch das... Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Muss ich jetzt hier... Okay. Okay, mit der Tastatur. Das heißt, hier muss zwölf rauskommen. Nehmen wir einfach mal... Das wollte ich nicht. Sechs und vier und äh... Zwei. So. Hier muss sechs rauskommen. Machen wir es mal so, oder? There are numbers left. You cannot use this number. Dann müssen wir doch alle Nummern benutzen. Dann sagt das doch gleich. Please press the check button once you have moved all of the balls except for the red ones which you cannot move. So, hier muss auf jeden Fall zwölf rauskommen. So. Es sind schon mal fünfzehn. Das zusammen ergibt nochmal neun, also... Das muss doch passen. Okay. Okay, this is it, right? But nothing's happening. There are still three more indications left empty. Okay, das kann ja was werden. I imagine something will happen when they are filled. Doesn't that seem likely? Ja, hier. Ich hab noch das Kreuzding. Das muss jetzt da rein, ne? Okay, let's put in the Emblem of the Cross. Hey, Junpei, something just showed up on the screen. This passage looks a lot like the last one. Oh nein, bitte nicht. Yeah, but there's more of those red balls. you can't move. Danke. The numbers for each area are different, too. It looks like it's got the same rules as the last one, though. You sure you don't want to double-check that? No, I'll be fine. If I get confused, I can't look on the screen. Ja, genau. Anyway, like they said, a picture is worth thousand words. Words, my support. Let's give it a shot. Isn't that a picture is worth thousand words? Hey, schade. At least I'm trying, alright? Seit wann ist Junpei so dumm? Achso, die Eins kann ich nicht mehr benutzen. Okay, ich dachte gerade, hä, wo sind denn da jetzt mehr rote Zahlen? So, hier muss Eins rauskommen. Sehe ich das richtig? Aber das müssen mindestens drei Dinger sein, ne? Machen wir das mal so. Das sind zehn. Achtzehn plus sieben sind fünfundzwanzig. Das passt. That's awesome, Junpei. There's only two left now. You can do it. Dann kam der Kreis, glaube ich, als nächstes, ne? Okay, let's put in the emblem of the secret code. Damn, this puzzle looks a lot like the last one. Looks like the rules are the same, though. Yeah, don't you think you should double-check it? Nein! Genau. So, this, um, 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 if you can't think of anything clever, please don't restrain yourself. You might hurt someone. Ah, shut up. Just give me a break, alright? I'll think of something. Guck mal, auf beiden Seiten muss sieben rauskommen. Gut. Ähm, sechs und vier und das geht schon mal nicht. Fünf, vier und sieben sind sechzehn. Das müsste dann schon mal passen. Das sind auch, sechzehn müsste passen. Excellent work, Junpei. You've only got one left. I can see the light at the end of the tunnel. Good. Äh, muss ich das jetzt auch wieder hier auswählen. Danke. Let's see what happens when I put the emblem of the coffin in this thing. In this indentation. So, this is the fourth one. This puzzle looks a lot like the last couple. I think this is probably the last one. Once we solve this puzzle, I'm sure something will happen. Ja, die Tür geht wahrscheinlich nicht auf, ne? Alright. I'll solve it in no time. So. Acht und neun müssen rauskommen. Äh. So, wenn wir das so machen, dann ist das siebzehn. Das sind... Und... Hä? Das Rätsel kann man doch gar nicht lösen. Weil es müssen doch mindestens drei, beziehungsweise es hat sich geändert. Vielleicht geht das ja. Natürlich wird das nicht öffnen. Wie soll das denn auch gehen? Wir müssen in jedem mindestens drei haben und wir können die roten nicht benutzen. Das geht gar nicht. Dammit, I just don't get it this at all. The rules are displayed on the screen. Maybe I should read it again. Vielleicht wurden die geändert. Okay. Hm? When you turn... Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Das geht nicht. Ja. Kann ich eins wieder rausnehmen? Hä? Ich habe kein... Ich brauche, um das Rätsel lösen zu können, noch mindestens sechs farbige Bälle. Weil wir können nur drei bis fünf Sachen in ein so ein Ding packen. Das geht aber nicht, weil wir keine... Wir haben ein, zwei, drei, vier, fünf Dinger, die wir benutzen können. Das sind zwölf. Das sind sechzehn. Und das sind nur zehn. Warte mal, nee. Da muss ja auch das acht rauskommen. Fangen wir da einfach nur die acht rein. Ha. Zwölf. Sechzehn. Achtzehn. Ich brauche hier... Irgendwo muss ein Dritter mit rein können. Acht. Und sieben. Er gibt sechzehn. Nee, er gibt's nicht. Er gibt fünfzehn. Das geht doch überhaupt nicht. Wie soll ich das denn machen? Das Rätsel ist doch kaputt. Ich habe zu viele blockierte Bälle. Ich kann die nicht benutzen. und sie... Hey, Junpei. I just thought of something. You know the rules on the screen? They never said you're gonna put balls in both areas. So if you think about it... Yeah. Yeah, I get it. Warte mal, echt jetzt? Alright, and let's give this another shot. Wir packen das einfach alles in die acht. Er gibt das denn acht? Das sind zehn, vierzehn, neunzehn, sechsenzwanzig. Das ergibt acht. Als ob! Huh? Where did that noise come from? Underneath the keyboard? Way to go, Junpei! You answered all the questions! Damn, Junpei, good job! Da wäre ich von alleine niemals drauf gekommen, wenn Clover mir das nicht gesagt hätte. Yes, I heard that as well. From the bottom of the left corner of the desk, I believe. Hier ist ein Foto. A picture? What the? Das sind Ace, der Captain, der ninth man und Guy X. What the hell is this? This man with a mustache on the right. He's the same guy, who we found murdered in the Captain's quarters. Und Ace hat den damals nicht erkannt, weil er ja keine Gesichter erkennt. He had the Zero-Bracelet on his left arm. And the second man with the glasses and a doctor's coat. Das ist Nummer neun. He's the ninth man. The one with bracelet number nine. He died after he went into door five. But this guy, the one in the striped suit, das ist Ace. Das größte Arschloch von allen hier auf dem Schiff. No doubt about it. But what does it mean? What is Ace doing in this picture? Und, ähm, wenn, äh, Arcanen, ne, wirklich tot ist und diese June, die wir haben, wirklich nur jemand ist, der die, äh, impersonated, also die, die, äh, kopiert quasi, dann hat Junpei auch einen Grund hier zu sein, weil er auch durch dieses Experiment, was Ace gemacht hat, jemanden verloren hat. Ja, und Guy X. Ja, natürlich. Die haben ja auch das erste Non-Hairy-Game veranstaltet zusammen. Ja, und sie sehen nicht ungefähr zehn Jahre, sondern genau neun Jahre jünger aus. Ja. Haha, natürlich kannst du das nicht sehen. Doch, der Guy X ist auch drauf. Nein, da ist noch ein Guy. Er hat ein bisschen langes Haar, er sieht smart, aber ein bisschen kalt. Er ist der einzige, den ich nicht erkennt. Doch, Guy X. Hm. Was ist das Date des Fotografes? Es hat keinen. Habt ihr auf der Rückseite? Auf der Rückseite? Ja, der Rückseite. Die andere Seite. Und? Was sagt es? Präzter für den Erfolg des Nonary-Projekts. Aha. Mit Nijisaki, Kubota und Musashido. Ha. Dann die vier Männer in dieser Bildung waren die Organisers des Nonary-Game neun Jahre alt. Ja, richtig. Das bedeutet, Ace, der neunste Mann und Cap waren alle für das passieren. Aber ich fühle mich, ich sollte mehr schockiert sein. Nee, du weißt es schon aus einer anderen Zeitlinie. Es ist fast, als ob das nur wie Dinge immer sein sollten. Warum? Warum bin ich nicht so surprised? Weil du es schon mal erlebt hast. Ace war derjenige, der Nonary-Projekt. Aber warum? Warum bin ich so kalt? Es ist wie, ich wusste es bereits. auch Telepathy und Zeitreisende Geister und sowas. Oder jetzt gerade mit der Zeitreise noch eine Theorie. June ist wirklich die Arkane von damals und die ist damals gestorben, aber, 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 irgendjemand ist in der Zeit zurückgereist und hat das verhindert und deswegen passt das auch nicht mehr. Irgendwie hat die dann verhindert, dass Santa und June zusammen da waren und deswegen haben aber noch Santa und so die alle Erinnerungen daran, dass sie damals da waren und auch Snake hat die Erinnerung, dass da 18 Leute waren, aber in Wirklichkeit ist das danach nachträglich verhindert worden. Es waren nur 16 Leute da und deswegen standen auch in der Zeitung nur 16 Leute. Da ist einfach jemand in der Zeit zurückgereist Ace was the CEO of Cradle Pharmaceuticals. He was the one who invented the game nine years ago. He was Gintaro Hongo. Ace is Hongo? I had my suspicions from the beginning. Their voices were similar. Too similar to be a coincidence. I could never forget his voice. It was the voice of the devil. I couldn't be sure though. After all, I had no way to check. I certainly couldn't ask him. Even if I had known, however, I would never have told you. Zero made it quite clear what would have happened if I did. Ja. Gosh. I had no idea. Dann würde ja er Clover in die Luft fliegen. Huh? I didn't know that Ace was Hongo. Oh, yes. I suppose you wouldn't have. Ja, weil sie war in dem anderen Gebäude, ne? Nine years ago you were in Building Q in Nevada. But Hongo was in the gigantic with us. I know. That's why I didn't know what Hongo looked like. But why? Why didn't you tell me? I mean, I'm your sister, right? You could have told me. I'm sorry. I apologize for keeping this from you. Er hatte Angst, dass Zero's jetzt auch uns in die Luft jagt. Ja, das wäre auch gegen Zero's Strich gegangen, glaube ich. Und dann hätte er das Ganze abbrechen und uns alle umbringen müssen. Ah. Hey Junpei, you think I could borrow that picture for a sec? Sure. Du denkst gerade nach. Kriegst du jetzt irgendwie ein Flashback? Hey, Seven, do you? Shut it. Just, just be quiet. I'm this close to remembering. This close. Hongo Kubota Nijisaki Musashiro Cradle Pharmaceuticals Nonary Project. Shit. What? What's wrong? Holy shit, this is nuts. Was jetzt? Um, what's nuts? I remember. Remember what? Everything. Everything? Yeah, yeah, I remember all of it. My memory is back. I remember what happened before I got snatched. Was denn? What? Oh. Erzählt uns das vielleicht auch endlich was über den mysteriösen Mann in der Yellow Submarine? Huh? Let me tell you what happened. Like Snake said, Ace is Hongo from the right. The other three are Musashiro, Nijisaki and Kubota. Musashiro was the man with the cash. Nijisaki was Hongo's right-hand man. Und Kubota developed the actual technical details of the experiments. How do you know all this? Come on, man. I told you I finally got my memory back. No, that's not what I mean. Ja, woher hast du das damals gewusst? I'm trying to ask you, why you knew all this stuff in the first place, before you forgot it. Weil er ein Polizist war. You really want to know? Of course. Me too. Hm. This is gonna take a while. Hell, probably take me a good three days to tell you about it. Well, we don't have three days. Just give us the short version, alright? Yeah. Short version, huh? Alright, fine. I'll give it a shot. No promises, though. I'm a detective. Ja, das wusste ich ja schon. It's a little awkward, to say this about myself, but you could probably consider me a lone wolf type. I hold to my own code. Because I think doing what's right is more important than doing what you told. That's why I followed my gut that night. A slim lead brought me to the wharf. It was nine years ago. The wharf had been cold as fuck. I could barely see squat. But I was investigating a mess of kidnappings. All of them children. Genau, und da stand 16. Ich wollte nochmal hier was nachhören, weil er hat ja, glaube ich, Namen gehört. Wenn der eine Name Aoi war, dann muss ja, ähm, 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 Arkane in dem anderen Building gewesen sein und da gestorben sein. Das heißt, man konnte eigentlich jederzeit auch durch das, äh, Ventilationssystem kriechen. Der Gorilla-Man. Mit seiner unglaublichen Toilettenkraft. Ja, das wusste ich. Ich finde, damals sah er irgendwie, damals sah er irgendwie noch dümmer aus als jetzt. So, dieser Gesichtsausdruck, das ist so, diese, totale Blödheit. Okay, ich glaube, da hat er das letztes Mal aufgehört, weil er sich nicht mehr weiter erinnern konnte. Das ist dieses, ähm, dieser Incinerator, ne? Ja. Mhm. Ist so das eine Mädchen gestorben? Oder was ist, wenn, äh, Arkane eigentlich nie gestorben ist, aber alle das nur gedacht haben und sie die ganze Zeit ihre Rache geplant hat. Ich fand es. Ich yankte den Händel und fahre die Tür öffnen. Ich habe fast das Metall aus den Händen. Was, was der, was der Hölle ist das Ort? Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Das da ist doch Center, oder? Das ist Snake. Eindeutig. Da ist Arkane. Wer das ist, wer das ist, das weiß ich nicht. Obwohl, das kann gar nicht sein, dass das Arkane ist, weil die müssten ja in unterschiedlichen Gebäuden gewesen sein. Also wenn das Arkane ist, dann kann das nicht Santa sein und umgekehrt, weil die müssten in unterschiedlichen Gebäuden sein. Das ist der das Center sich das leisten kann. Andererseits, wenn Arkane zur selben Familie gehört, kann sie sich das auch leisten. Diese ganze Kacke hier zu veranstalten, nochmal. Was ist haben wir eigentlich je mitgekriegt, dass wirklich die gestorben sind, die hier reingegangen sind? Aber als wir hier Ace verfolgt haben, konnten die doch auch wieder zurückgehen aus diesem Raum raus. Warum hat Santa dann ihn nicht erkannt? die Toilette? Rope. Ah. Ah. Okay. Weiter nur, äh, maximal... Okay, er kannte da die Regeln noch nicht. Wir können nicht mit ihnen gehen. Warum nicht? Schau, die einzige Leute, die durch die Nummer-Tür gehen können. Er war im Moment der Erklärung, wenn... Die Incineration wird in fünf Minuten beginnen. Die Wälder schlug ein bisschen und die Vierer fließt. Schau, das kann warten, okay? Geh uns aus hier! Genau. Ich habe ihn unter den Rücken. Das erste, was ich über die Frau hatte, war eine Frau mit 22. Next, was a girl with a red necktie. Boy and a jacket came after her. So he'd climb up on his own. He wore in the uniform at the last stop. Okay, das war Santa. Like the other kid, he climbed up the rope himself. He looked pretty scrawny, but I guess he was stronger than he looked. He moved fast. But when he was almost to me, we heard some knocking. Everyone looked at the door. Was? It had a thick square window set into it. On the other side, an angry face was staring in. Goddammit! What's going on here? Wer ist das? Ist das... Das ist doch nicht Ace, oder? Why is the room empty? Where the hell are those fucking kids? Das ist Ace. The door opened, and a man stepped in looking half mad with fury. I recognized his face. I saw him many times in photos during my investigation. The man's name... was Gintaro Hongo, the CEO of Cradle Pharmaceuticals. Hongo saw the boy hanging from the rope. Gah! It was like he was an animal. He lunged for the road. Hurry! I know! The boy in the uniform booked it up the road. Okay. You son of a bitch! Get back here, you little shit! Also hat er damals das Nonary Game sabotiert quasi. Seven. Dann müsste er ja aber verbrannt sein. Oh nooo! Hongo had lost it. His face didn't even look human. It was like the bastard pulled off his fake face. He was really a terrifying devil or some kind of damn monster. He quickly reeled in the rope. Leaving a furious Hongo yelling at me from the floor. You fucking bastard! You won't get away with this! How dare you compromise this experiment! Ihr habt ihn hier selbst aufs Schiff gebracht. Was heißt, seid ihr selber schuld? Experiment? What experiment? Joa. Aber kann, ähm... Kann Ace da nicht auch rein in die Zelle? Das heißt, die sind eigentlich nirgendwo sicher. I may have thrown a salute in a raging asshole's face before I closed the door behind me. I had no point to going back in the cell, so we went down the other direction instead. Hmm. Okay. After about 30 feet, we came across another duct on the left. This one was heading down. We already nodded, and took turns sliding down it. The duct emptied us out into a narrow hallway. There was a door on either side. The one on the left was a normal double door. But the one on the right was familiar. Das ist der andere, die Rückseite von der Tür mit der neuen, ne? And black and yellow stripes. The vice next to it on the wall. Plate on it red. Incinerator. Incinerator? Yeah, that's where we were. It was the girl with the red tie, who answered me. War das Arcane? You were inside an Incinerator? Yeah. Hongo might still be there. It looks like it's been shut off though. Wait, what? If he's still in there? Yeah. That's not good. Dann verbrennt er da jetzt. Ah. That meant we better. We gotta get out of here. Go to the other door. Hurry! The kids started running, and I was close on their heels. The other side of the door was a large spiral staircase. Das ist das erste Mal, dass wir sehen, was wirklich hinter dem Incinerator ist. Run! Didn't mean to tell them twice. Up and up and up. Feet pound in the steps. Our arms pumpen fast. Round, round, round. The devil was on the tail. Huh. Stairway kept going. Passed a couple of landbills when the boy with the uniform said in the spoke. Das ist auf jeden Fall Snake. Something's up. Arcane's not catching up to us. Das heißt, Arcane war doch da. Das macht aber überhaupt keinen Sinn, weil die Geschwister wurden doch in unterschiedliche Gebäude gebracht. Akane? My kids sister. The girl with the red necktie? Akane. Akane. That's strange. I didn't remember seeing I made a list of missing kids. Hey! Akane! Okay. Da hat er auch schon wieder gesagt, die ist eigentlich gar nicht mit verschwunden. Kann's sein, dass Arcane überhaupt nicht da war und die sich Dino eingebildet haben? Aber eigentlich hat er doch auch eine, äh, ein Girl mit dem Red Tie gesehen. Grandpa. Grandpa. He turned to go. Hey kid, wait! Goddammit, I said wait! I don't think the kid even heard me. Fuck. I spun around to the boy in the jacket, the girl with the ponytail. I'm going after him. You two keep going, alright? The girl nodded, ran up the stairs. But the boy... I'm going with you. There's a snake. I didn't have time to argue. I just nodded and took off down the stairs. I could hear him following. He ran all the way to the bottom floor, calling for her. Arcane, there's nowhere to be found. Goddammit, where the hell did she go? Das heißt, sie haben die nie gefunden, also gibt's auch keinen Beweis dafür, dass die wirklich gestorben ist. Das heißt, June ist vielleicht wirklich Arcane, aber trotzdem könnte sie dann Zero sein. I could tell the kid was frustrated. And then suddenly... Help me! Somebody help me! We heard a girl's voice. Also haben sie die doch gefunden. Arcane! A boy in the uniform threw open the door and leapt into the hallway by the incinerator. We rushed in after him. I couldn't for the life of me believe what we were seeing. That bastard Hongo had a cane by the arm and was forcing her into the incinerator. Come on, goddammit, move! No, I don't want to! Let me go, please! She planted her feet squarely on the floor and was struggling to get away. But Hongo was bigger and stronger. She wasn't gonna win. Arcane! Her brother roared with anger and charged toward Hongo. Help me! Ah! You're too late, idiot! Aber guck mal, wenn Arcane von Junpei ein Childhood-Friend war, warum kennt Junpei dann Santa nicht? weil das ist ja der Bruder von scheinbar seiner besten Freundin. Hongo lifted a cane bodily into the air and threw her. Still fighting him into the incinerator. Before we could even blink, Hongo had left through the door after her. We saw him land inside. Then, the door slammed shut. We ran to the door. We did everything we could think of to get the thing open. Okay, aber die haben nicht gesehen, wie sie tatsächlich gestorben ist. But... Fuck! It's no use! The goddamn thing will move an inch! He started slamming his fists against the door. He was close to shattering his knuckles with how hard he pounded on it. Und alles, ne? Und alles wäre irgendwie, glaube ich, was in diesem Spiel passiert ist, ne? In diesem Nonary Game. Wäre vielleicht gar nicht passiert, wenn Junpei von Anfang an, äh, Junes Namen verraten hat und die keine Codenamen benutzt hätten. Weil dann, wenn sie sich als, äh, Akane geoutet hätte von Anfang an, ich weiß nicht, wie das Ganze dann ausgegangen wäre. Akane! Akane! Are you okay? You came back! Her voice was muffled, but all of us could hear the sheer terror in it. What could I do? I, I think I'm trapped in here! Where's Hongo? He went out the other door! What? Warning. Hmm. Warning. Emergency incineration command has been acknowledged. Aber wenigstens der Counter ist zurückgesetzt worden. Please evacuate the incinerator immediately. Repeat. Emergency incineration command has been acknowledged. Are you fucking kidding me? It's the same damn thing! Are you there? Yeah, we're here. Just hang on, alright? We're gonna figure out a way to save you! These words would have seemed like a sick joke to her, if she'd been able to see, how white and bloodless his face was right then. Das klingt nicht gut. Incineration will begin in 17 minutes. Please! Please help me! I'm really, really scared! I don't want to die! Please! I don't want to die! I don't want to die! Und vor allem, wenn Junpei und Akane so Childhood Friends sind, warum weiß er dann nichts davon, dass sie vor neun Jahren verschwunden ist? It's gonna be all right! I'll figure something out, I promise! I promise, okay? You hear me? I promise! It was torture listening to her sobbing on the other side of the door. Her brother was nearly crying himself. He could only stand there. This clenched so tight, his knuckles were white. What happened then? Come on, man! Put yourself in my shoes! It doesn't end good! You think I want to remember that? Aber ihr seid entkommen. Erzählst du das jetzt mit Akane? Also, wer ist dann Jun? Aber ihr habt's nur gehört, nicht gesehen. Also, da gibt's vieles, was ich nicht verstehe. Warum sind Santa und Jun zusammen gewesen, wenn die Geschwister noch in unterschiedliche Gebäude sollten? Das kann eigentlich nur heißen, dass Akane eventuell noch ne Zwillingsschwester hatte und die war in dem Gebäude in Nevada. Und dann würde es auch Sinn machen, wenn die beiden zusammenarbeiten, um sich für ihre Schwester zu rächen. Ist das vielleicht so, dass Jun die Zwillingsschwester von Akane ist? Finally, he reached it. He fell to his knees as his legs gave out on him. And then... Okay. Yeah. Den Namen passt. Also, wer ist Jun? Was? Achso. Ich dachte gerade, er... Ich dachte gerade, er redet mit Junpei. Ich glaube, Akane bzw. Jun ist Zero und Santa arbeitet mit ihr zusammen. Ich habe dir vorhin gesagt, du Idiot! Ich war in Nevada, in Building Q. Ich hörte, dass ein Detektiv die Kinder auf dem Boot beschädigt hat, aber ich wusste nicht, dass es du warst. Ich glaube, 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 ich sage dir noch eine Frage. Santas real Name ist Aoi Kurashiki. Ja. Er ist Akane's Bruder. Du kennst das? Nein! Nein, ich habe nicht. Du hast es? Ja. Irgendwie schon. Also mir hat er das in einem anderen Zeitstrahl gesagt, deswegen weiß ich es. Findest du? Was hast du es gefunden? Als wir ihr von dem Four Leaf Clover erzählt haben, ne? Hm, dass du nicht weißt. Richtig. Was? Komm schon, Mann. Was für ein Detektiv bist du? Du hast es nicht schon herausgefunden? Hey, geh einfach auf mich, Mann. Ich habe nur meine Erinnerung zurück, okay? Gib mir ein bisschen Schlapp. Weil Ace ihm gesagt hat, stört mal bitte. Warum haben diese Mörder stattgefunden? Wenn Junpei richtig ist, und das Körper in der Schwererbüse war Nijisakis, bedeutet das, dass alle die Menschen, die mörder waren, waren mit der Kreativung des Nonari-Projekts. Richtig. Und das alles ist ein einziger Rache-Feldzug. Und ihr alle seid Leute, die jemanden verloren haben dadurch, beziehungsweise auch schlechte Erfahrungen mit dem ersten Nonari-Game gemacht haben. Musashido, der Mann, der das Projekt finanziert. Du meinst, das war alles nur Revenge? Santa ist Zero. Er bekommt Revenge für die Todes seiner Schäuze. Ja, ich glaube aber eher, dass Jun Zero ist. Das ist, warum er sie töten hat. Nein, ich glaube nicht, dass Santa jemanden beobachtet. Ace war das. Ace. In allen Worten Ace. Ja, das Arschloch. Das Schiff sinkt. Mit der Keycard. New Material has been added to the white screen. Keycard Zero. Können wir damit jetzt alles öffnen? Ich würde sagen, an dieser Stelle sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.